So, nächster Invictus Tag, Crusader mal checken. Oh, ich werde schon wieder von irgendeinem Idioten hier kurz vor Micro rausgeholt. Oh, drei Herkules im ersten Raum geparkt. Ey, verrat mir nicht alles hier. Wenn du schon nicht warten willst. Und drei Panzer davor. Wenn du schon nicht auf mich warten willst oder so. Unfassbar. Ja, zwei mal die C2, einmal die M2. Ich habe gehofft, die haben dann noch vielleicht eine A2 von außen zu sehen, aber... Ja, man kann den Panzer sogar mieten. Ja, man kann da alles mieten. Kostet sogar gar nichts. Das kostet doch bei jedem Schiff da nichts. Nee, wusste ich nicht. Och, jetzt spring doch dahin. Hast du jetzt einen Server gewechselt oder nochmal neu gestartet? Nee. Hat das so funktioniert? Ja, hat so funktioniert. Das wollte ich nicht mal testen. Ja. Ist das genau da? Ja, weiß nicht. Ich nehme jetzt hier erstmal auf und check mal den Tank. Ja, müssten wir heute eigentlich noch was mit anstellen. Mit den Panzern und so. Ja. Nett geräumig. Ich bereue mich Das nenne ich ja mal ein Lag Gucken ob ich irgendein NPC mit der Rampe platt mache Ja, drei Stücke platt gemacht Einer steht in der Rampe Oh Mann, hatten die auch eine Ragdoll dann? Oder sind die einfach nur durch die Gegend geglitscht? Einer ist im Boden versunken und einer ist durch die Rampe geglitscht Also das Glitschen, naja Ja, aber sonst passt es Oh, bisschen neuer Durchgang Sieht so aus Aha, Halle 2 MSE Ah, die Tumbrets Ah 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 Ja aber ich glaube das ist eine falsche Decke. Ja der Mann ist wahrscheinlich immer so wie so mit so einer Kamera oder so. Weil du siehst ja auch Schiffe die draußen rüber fliegen und die sehen dich ja auch rein theoretisch. Die F8 steht da einfach immer. Ja ja. Sehr einfallslos. Ja wenigstens kann man sie nicht angucken ne? Was ist denn diesen Nebenhallen? Auf der einen Seite war ein MSR und jetzt bin ich auf der anderen Seite. Mal gucken was es da gibt. Ich frag mich was in der Mitte für eine ist. Ist das die M oder? Wenn die eine Turret unterm Kinn hat dann ist es die M. Die hat sogar Turrets unter denen. Die hat drei Turrets unten. Nein noch mehr. Dann ist es eine A2. Kannst du reingehen? Ne. Dann ist es eine A2. Zumindest hinten nicht. Ich guck jetzt mal vorne da gibt es auch den Schalter. Ne geht nicht. Das ist eine A2. Ja geil so wie ich es mir gedacht habe. Die ist auch cool. Die ist relativ dunkel und die hat diese roten Streifen. Ja ich dunkel. Ne gut warte mal. Die A2 hat ja hinten noch so rot am Hacktügel. Ja genau. Jetzt müsste ich nur noch wissen ob der Skin auch dieses rot hat. Wenn ja ist das einfach nur der Skin von der A2. Das wär nice. Also das schwarz sieht an sich ziemlich nice aus von der A2. Mhm. Wirkt so ein bisschen matt. Ja. Könnte ich mal grad gucken. Ne Pain ist noch nicht da. Muss ich neu starten. Ja. Das werde ich vielleicht auch tun bevor ich da reingehe. Ich muss mal meine Fireworks verkaufen. so was haben wir hier nee der Skin hat kein Brot bei den Heckflügeln wie die Arzt Freelancer und Starfahrer und Tana ah stimmt Mistgefahr ja auch noch dran was ist das für ein Pups achso die Kackdinger was ja ich vergesse den Namen immer weil die so scheiße sind die wo es jetzt zum Subscriber gab ach die Razor ja genau ich finde den Sound auch so schrecklich also von außen finde ich sieht die gar nicht mehr schlecht aus aber fühlt sich einfach schlecht an oh das ist die Militärstarfahrer die hat fette Raketen vorne drin das hat die die hat fette Raketen vorne unterm Cockpit Schnauze mehr als die normale die normale gar keine achso das ist diese G-mini oder wie die heißt ja wäre ja noch eine Option da so so in dem Laderaum ist schon mal gleich groß 11 Millionen Angeber Was? Ah, nix Oh man, ich hab meine 8 Millionen verloren Ne, echt? Wie 8 Millionen verloren? Hast du dir das Ding vollgeknallt und dann 30k oder was? Eh, kein 30k, aber das ist schon vorher passiert, das ist am ersten Tag hier von der Invictus passiert Es war kein 30k, ich kann mein Schiff nicht spawnen Ähä Ja Du musst ja bis auf den letzten Drücker noch rumdealen Ja, und dann musstest du es kleben und dann war es weg, ne? Ja Okay Jetzt mit meinem Spiel los, warum komm ich jetzt nicht mal rein? In den Tab Ich will rein Lass mich doch rein Hallo Lass mich rein Oh, ne Jetzt haben die verhässlige Knubbels da vorne, die komische Freelancer hier Welche Knubbels? Also, zwei Knubbels unterm Cockpit Achso, die Dinger Das sind halt Knubbels Das hat meine Macs nicht Nee Sicher? Nee Ja Meine Macs ist schön, nicht so verknubbelt Ja, wie schön würde ich die Macs jetzt auch nicht bezeichnen Aber schöner als die anderen, finde ich Sein Ziegelstein-mäßig Spiel, bin ich jetzt mal drin? Ah, ja Okay, jetzt hat er mir hier einen kleinen Crash ausgespuckt, aber kann ich ihn gleich neu starten Die ganze Scheiße hier und dann Achso, es gibt ja noch eine untere Etage, guck mal nochmal da, was es gibt Und dann sind wir eigentlich schon durch Es sind an sich nur Holos Ja, aber vielleicht was Neues, Interessantes Ich denke mal von diesem Aris-Ding In beiden Varianten, auf jeden Fall Ich hätte ja gern was Neues von Tumbra gesehen, weil die machen coole Autos Echt, ein Ranger? Ja, dann muss auf jeden Fall nochmal ein Tank Ah, jetzt kann ich eigentlich raus, Alter, 400 wird hier nix Und nochmal alle Tumbrails So, dann lass ich mal gucken Was haben wir hier? Holo von der Aris Inferno, ja Ist ja nicht so schick Die Inferno? Ja Ja Du weißt ja gar nicht was Gutes Klar Und irgendein komisches Motorrad Das sieht ganz lustig aus Ja, das ist wahrscheinlich die Ranger Oder? Ja, Ranger TR, cool, mit Knarren Hier kann man sich gefallen lassen Ja Einmal zum Mitnehmen, bitte Hm Ah, ich geh jetzt gleich auch erstmal gucken Vielleicht kaufe ich mir ja heute doch noch ne Herkules Oh ne, vorher hat er sich immer geweigert wegen 10 Euro mehr oder so und jetzt Jetzt wo es Jetzt wo es Arschig wird wahrscheinlich Ja Ja So ist das Ich würde die nicht über RSI holen Ich würde die nicht über RSI holen Musch dir ganz ehrlich sagen So lange man die aus Starship noch für 10-20 Euro mehr kriegt als ich die gekauft habe Ist das ja ein guter Deal Oh Panzer gibt zu kaufen 130 Ocken Oh, der Ranger kostet nur 3 Fetch Achso Und Sollen Wie jetzt Also warte mal Noch ein Panzer Ja, die C2 kostet hier 4,33 Ja, ist er ja auch schon gesehen Deswegen meint er Deswegen meint er Fast 800 Ja Äh Ist er jetzt noch ein zweiter Panzer von Tamlau oder was? Weil du meintest Nee, ist nur der eine Aber den gibt's ja Gab's ja vorhin Nicht für zu kaufen Achso Oh, als Warbound nur 113 Nee Schnapper Ich glaube, dass Warbound nicht mit Ingame-Kohle geht Achso, du meinst Stock Credits Ah ja Ja, das ist schade Ja Ich weiß zwar nicht, warum Aber als Standalone Was hat er da? Mal gucken 120 Monate Insurance Mal gucken, was ich für einlösen könnte Für was jetzt? 120 könnte ich einlösen Für welche Fliege? Für Nova Tank Ja, gönn dir warum nicht, wenn du die Stock Credits hast Why not? Nova Tank Was kostet der? Äh 129 als normale Edition Und als Warbound 113 Aber dann musst du mit frischem Geld zahlen Oh, Schissgeld Es darf nicht abgehangen sein Noch duften muss es So, dann war's das mit dem Review hier Mache ich hier mal Ende Und shoppe weiter Bis denn Und dann